Vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, diese Initiative vorzustellen. Es ist eine einigenössische Volksinitiative, die seit einiger Zeit die Bevölkerung bewegt, mit allem, was gerade in letzter Zeit passiert ist. Es geht gar nicht darum, was die heutige Position ist, da wird sehr wahrscheinlich noch viel Wassern ein und runterfließen, bis das Thema an die Ruhe kommt. Zur Zeit ist es beim Ständerat die Initiative verworfen. Es geht sehr wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr in den Nationalrat. Und bekanntlich kann das bis zu dreimal hin und her gehen, in wann sich denn die beiden Räder nicht treffen. Unter Umständen gibt es keinen indirekten Gegenvorstand. Aber nochmals vielen herzlichen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, diese Initiative vorzustellen. Erlauben Sie mir einen kurzen Tour-Dorison machen, was die Benetgründe waren, für überhaupt die Initiative zu lancieren. Es ist ja nicht normal eigentlich, dass ein Einzelwürder, wie ich, eine eigenössische Volksinitiative lanciert. Und ich anerkenne die hohe Achtung, wenn gerade eine Gruppierung wie die hierige Referendum oder Initiative an die Hand gibt. Es ist eine riesen, wird auf Bernd Wütsch gesagt, eine riesen Aufgabe. Und ich weiß auch, wie groß das finanzielle Engagement ist oder wie einfach es ist, wenn man das finanzielle Engagement hat, um eine Initiative an ihrer bis zur Ordnung zu rennen. Mir geht es eigentlich darum, Ihnen offen und transparent die einzelnen Punkte, 24 Punkte in dieser Initiative vorzustellen und natürlich auch für Fragen und Anrechnungen zur Rede zu stellen. Grundsätzlich haben wir alle dieselben Vorstellungen oder Zielvorstellungen, nämlich eine gesunde, nachhaltige Volkswirtschaft zu haben, die genau diese Exzesse, die wir in den letzten Jahren vermehrt, festgestellt haben, eben nicht zu haben. Also wir haben alle das Ziel, eine gesunde, nachhaltige Volkswirtschaft zu haben, die Arbeitsplätze schafft, bei denen der Arbeitnehmer ein gutes Lohnniveau hat und eben diese Hiobsbotschaften und Skandale, die in letzter Zeit ganz gewaltig zugenommen haben, um uns auch bewegen und zurechtflegen, eben nicht haben. Wir mögen uns sicher alle erinnern, ich nehme nur ein paar Beispiele an Zürich-Versicherungsskandalen, die die Firma war kurz vor dem Kollaps, 17.000 Leute entlassen. Hüppi ist noch mit der Privatsche nach Amerika gegangen, 6,2 Euro im Abgangsentschefung, wir mögen uns an die ABB erinnern, Lintal-Warneli, zwei Geschäftsleitungen, sind wieder 233 Millionen mitgenommen als Rente, haben nachher 100 Millionen zurückgegeben, hat die ganze Welt bewegt dieser Skandal. Ich erinnere an die Suisse, das war Auslöser von dieser Initiative, die Verabzahlung der 12,5 Millionen an Herr Botti, das war der Auslöser, weil unsere Firma dort noch Lieferant war und unsere Rechnung wurde dann nicht bezahlt. Gerade kürzlich, Ziba in Basel, desolat geführter Laden, hat eigentlich gemäss Arbeitsvertrag einen Bonus umgewandelt in eine Übernahmeträne, die hierbei schon gekauft worden ist, nach EISF, noch nie dagewissen in der Schweiz, dass trotz absolut desolater Führung und Milliardenverlust, das Top-Management sich dort bereichert hat und ein Bonus umgewandelt hat in eine Übernahmeträme. Und natürlich auch die beiden, die an EISF sind mühlässig, glaube ich, da braucht es No-Comment, da kann sich jeder die Gedanke machen. Und man merkt übrigens auch, was die Pesis angelangt, 2002, 2003, 3,3 Milliarden Verlust, letztes Jahr 8,2 Milliarden Verlust, wie kurz die Zeitspannungen geworden sind für diese Jobstbotschaften. Aber nochmals, wir haben ein Ziel, gesunde Nachhaltung, Vorsichtschaft zu machen. Und es stört mich schon ganz gewaltig, dass die Verantwortlichen in diesen Unternehmungen, die oftmals die Unternehmen bis an den Abgrund geführt haben, nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Jeder Handwerker muss am nächsten Tag nochmals antragen, wenn er die Leitungen oder seinen Job nicht gut ausführt, und zwar zu seinen Kosten. Und bei gross börsenkultierten Unternehmungen, wenn da, salopp gesagt, gehäumt wird, kommt niemand zur Rechenschaft, wird niemand zur Rechenschaft gezogen. Die einzige Person, die ich kenne, ist Ray, der mal die Wittestelle gesehen hat, und andere Verantwortliche, die kenne ich nicht. Übrigens bei der Swiss auch, alle freigesprochen wurden. Ich finde das sehr eigenartig. Festzustellen ist bei diesem ganzen Thema, dass wir eigentlich von ein paar hundert Millionen Skandalen in die Milliardenskandalen umgegangen sind in den letzten Jahren. Wir stellen fest, dass wir von einstelliger Millionenabgangsindschätzung in zweistellige Millionenabgangsindschätzung gegangen sind. Und wir stellen ebenfalls fest, dass wir von Nichtunterstützung durch den Staat mittlerweile sogar bei Staatsinterventionen sind, sprich UBS. Es kann nicht sein, dass das die Aufgabe des Staates gibt, die schlecht geführten Firmen noch die Leifen aus dem Keller zu nehmen und zu rücken. Also das tut meinem hochbürgerlichen, liberalen, kapitalistischen System ganz gewaltig weh, was da passiert ist. Ein kurzes Beispiel, auch wenn gewisse Leute meinen, es sei alles schon wieder ein wenig zur Normalität gegangen und Milliarden werden wieder ausgewiesen und Abgangsentscheidungen gäbe es ja gar nicht. Ich mag erinnern, gerade erst kürzlich, etwa vor einem Jahr oder anderen Tag, wurde bei UBS Johansson und Dietl zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder eingestellt. Mit elf Millionen vorab, elf Millionen vorab, Herr Johansson hat noch 750.000 Optionen bekommen, mittlerweile ist er nicht mehr in der Unternehmung, er wurde rausgekickt. Also er hat sozusagen eine Vorabkasse bekommen, wie der Herr Gotti, ein Millionen, sondern er hat mittlerweile noch eine Abgangsentscheidung, das ist nicht mehr in der Firma. Man hat ein Wohlverstand über eine Unternehmung, die gar kein Geld in der Kasse hatten, im letzten Jahr 28, die Milliarden Brunsch ausgewiesen haben. Und wer noch so viel in der Reihe gemacht hat mit den Geltungsaktionärs, ich glaube eigentlich, ich brauche es da gar keine Worte, das tiefer zu erklären. Und ebenfalls ein Fall, der kürzlich publikt geworden ist, der mir auch ganz gewaltig Mühe macht, Wolf Döhrig, Verwaltungsratspräsident bei FADECO, hat sich, muss man sich vorstellen, der Aktiener wählt ja den Verwaltungsraten oder die Mitglieder des Verwaltungsrats in einer treuhäkterischen Laufgabe, eben für die Kontrolle der Gesellschaft, und dieser Wolf Döhrig hat sich vertraglich im Papier eine Abgangsentscheidung von einer Million vereinbart, falls er nicht mehr Geld führte. Also es ist unvorstellbar, wir haben den souveräten Aktiener, wenn er halt den Mitglieder des Verwaltungsrats nicht erwähnt, da wird es abgewählt und bezogen, der auf eine Abgangsentscheidung bekommen. Das ist also mittlerweile so weit, bei Schweizer Förstkodierten Unternehmungen, wo man nicht einmal mehr die Wahl akzeptiert, ob gewählt oder abgewählt, sondern wo man vor allem abgewählt hat, mit der Firma eine Verbrauchung, die sichert eine Abgangsentscheidung, und es ist eigentlich ganz gewaltig, was da abläuft. Und es kann nie und immer im Sinne des Aktionärs, sprich des Eigners, sein, was da abgeht in der Unternehmung, das ist Bereicherung, das ist eine Form von vorweggenommenem Gewinn, kann man auch sagen, diese Systeme. Und der ganze Lösungsansatz der Initiative zielt ja buchstäblich auf den Aktionär, auf den Eigner, und wenn er dann findet, dass diese Vergütungsmodelle oder diese Summen in Ordnung sind, dann sollte ich auch die Diskussion aufhören, es ist nicht laut und deutlich nicht die Aufgabe des Staates, bei börsenkodierten Unternehmungen, also privatrechtlich organisierten Unternehmungen, Einfluss zu nehmen in die Vergütungspolitik, wenn überhaupt, ist das die Aufgabe des Aktionärs, und es zeigt, dass aber sicherlich die Staates und schon gar nicht auch der EMA bei den Banken dieses Thema ist zur Zeit in der Diskussion.